herzlich willkommen bei einer neuen meditation und heute geht es um das aus dir heraus leben aus deiner kraft heraus leben dich verwirklichen wirklich aus deinem vollen potenzial schöpfen vielleicht fühlst du dich manchmal ein bisschen matschiger oder ein bisschen down und hast das gefühl du hast keine energie oder die energie fließt dir ab dann ist das aber eine fehleinschätzung das geht nur einfach darum dass das du dann nicht wirklich hundertprozentig deine energie angezapft hast hundertprozentig deine energie lebst und heute geht es darum wirklich aus dir heraus aus dem vollen zu schöpfen aus deiner unendlichen energie deinem unendlichen energiepotenzial heraus und das natürlich dann auch herauszubringen und wir werden diese meditation in zwei teilen führen die der erste teil ist jetzt mal wir zapfen diese unerschöpfliche quelle an also dein zentrum und dann schauen wir was ist denn blockiert auf dem weg dass diese zentrums energie nach draußen geht gut dann lade ich dich gleich mal einschließt bitte deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus mit jedem atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr und versuche einfach mal auch wirklich dein gesicht zu entspannen also ganz bewusst mal die kiefermuskulatur zu entspannen und stell dir mal vor deine kopfhaut entspannt sich deine ohren entspannen sich deine augenlider entspannen sich deine lippen entspannen sich dein mund entspannt sich also jegliche gesichtsmuskulatur entspannt sich und du erlaubst dir dass der ganze druck deines alltags immer mehr und mehr von dir abfließt also von deinem kopf ausgehend diesem entspannten kopf jetzt entspannen sich deine schultern dein brustbereich dein bauchbereich magen darm der beckenbereich deine hüften und hüftgelenke oberschenkel knie waden und füße und dieser ganze stress fließt jetzt in die erde ab wie wenn du loslässt du lässt eine schwere last mit einem tiefen ausatmen fallen und in dieser ruhe und in dieser entspannung ist es dir jetzt möglich in dein zentrum hinein zu gehen und du spürst dass dein bewusstsein sich wirklich schicht für schicht durch dein alltagsbewusstsein hindurch wühlt und dass sich dein fokus auf dein innerstes konzentriert und dein innerstes ist deine unendliche energiequelle mach dir noch mal bewusst ich suche die unendliche energiequelle in mir ich suche die unendliche energiequelle in mir und ich bin auf dem weg in diese unendliche quelle und du spürst dass es in dir weiter wird unglaublich weit wie eine riesige weitläufige höhle in der mitte ein kristallklarer kirksee ruht und du spürst dass das deine kraftquelle ist dein energiezentrum und du lässt dich in dieses kraftzentrum in diesen see hinein sinken und spürst es weder warm noch kalt ist absolut wohltemperiert genau die temperatur wo du an deinem wohlfühlpunkt bist das ist deine lebensenergie deine lebenskraft natürlich ist die genauso temperiert temperiert wie es dir entspricht und du tauchst ihm in diese unendliche kraft ein und erlaube dich jetzt zu erinnern erlaube dich an ein wesen zu erinnern dass diese unendliche energie deinem wesen entspricht dass jegliche nahrung die du hier zu dir nehmen könntest jeglicher schlaf zum auftanken nur ein schatten von dieser energie ist es ist nur ein hauch von dem was in dir schlummert und nun kannst du beginnen diese unendliche energie in deinem leben zu entfalten aber damit sich dieses wasser des lebens dieses unerschöpfliche wasser des lebens in deinem leben entfalten kann da braucht es noch die lösung von gewissen blockaden von gewissen themen die da im weg stehen vielleicht hast du mal gelernt dass das leben unstrengend ist dass das leben leidensvoll ist dass das leben mühsam ist vielleicht wurde dir vorgelebt von deinen eltern oder deinen großeltern dass man in der arbeit nichts zu lachen hat dass das eine pflicht ist die erfüllt gehört dass das alles kraft kostet lebensenergie zeit kostet das alles mühsam ist und erlaub dir jetzt mal von deinem tiefsten wesen aus diese glaubenssätze zu hinterfragen alles was dich zurückhält in deiner unendlichen lebenskraft was diese unendliche lebenskraft einschränkt darf hinterfragt werden und erlaube dir das jetzt mal dass wirklich diese energiequelle in dir aufsteigen kann diese unendliche lebensenergie und dass du durch diese energie durch diese kraft jetzt auch noch einmal alte gespeicherte blockaden lösen kannst vielleicht hast du mal gelernt dass es anstrengend ist gefühle zuzulassen zu lieben dass es anstrengend ist wenn man enttäuscht wird dann lass diese energie einfach abtragen und wegfließen das wäre so auf der herzensebene vielleicht hast du mal eingespeichert dass andere menschen anstrengend sind und energiekosten dir zu nahe kommen dann lass auch diese prägungen einfach jetzt wegspülen vielleicht hast du das irgendwo mal gelernt dass die welt kein ort der freude ist des lachens der leichtigkeit und dann werden auch diese blockaden weggespült und vielleicht hast du mal gelernt dass die welt ein ort ist wo du kämpfen musst wo du mutig sein musst und stark sein musst und dich permanent behaupten musst und auch diese verletzungen blockaden werden weggespült und was spült all diese blockaden weg was spülen alle diese verletzungen weg deine unendliche lebenskraft und du spürst jetzt schon von diesem bergsee von diesem zentrum diesem bassin aus dass sich da die energie hoch steigt und dass die mächtiger wird dass die in bewegung kommt dass die nicht mehr ruht dass da dass da in dir schon eine lebendigkeit stattfindet aber noch ist diese energie nicht ganz frei noch kann diese energie noch nicht ganz raus da fehlt noch ein wesentlicher bestandteil dass deine lebensenergie deine unendliche kraft sich entfalten kann und das ist das loslassen der vergangenheit und das hundertprozentig ins hier und jetzt kommen und in diesem augenblick wirst du eingeladen von dieser rosenden überschäumenden gigantischen unendlichen lebensenergie in dir ganz ins hier und jetzt zu kommen nicht in der zukunft zu sein und nicht in der vergangenheit zu sein sondern absolut hier und jetzt und in diesem augenblick tauchst du in dieses hier und jetzt ein und du spürst dass in deinem rücken nach hinten hin blockaden ausgewaschen werden gelöst werden alte themen abfallen fast wie ein schwerer rucksack oder eine schwere last die du auf deinen schultern getragen hast die fällt da runter und verschwindet die ist nicht mehr real und auch alle ängste und vorstellungen sind nicht mehr real und in diesem augenblick schäumt deine lebensenergie über sie steigt hoch in dir und schießt aus jeder pore deines wesens aus jedem energiezentrum aus jedem chakra dringt diese energie heraus sie schießt nach vorne unendlich weit nach vorne sie schießt nach hinten unendlich weit nach hinten alle seiten oben unten links rechts du bist umgeben von deiner strahlenden energie und du spürst dass diese energie straßen baut und brücken baut so dass du alles erreichen kannst in deinem leben was dir wichtig ist was du dir vornimmst wofür du deine energie verwenden möchtest ob das zwischenmenschliche ziele sind wie eine harmonische partnerschaft oder familienglück oder freude mit den arbeitskolleginnen und kollegen oder ob das wirklich ziele sind berufliche ziele die du erreichen möchtest gewisse karriereschritte ob das gesundheitliche ziele sind die du umsetzen möchtest überall legt deine unerschöpfliche lebenskraft die brücke und den weg und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und noch mal tief ein und wieder aus und du erlaubst dir jetzt diese energie rund um dich zu formen diesen wegen ein ziel zu geben und stell dir jetzt mal ein ziel vor das dir ganz wichtig ist vielleicht möchtest du ein bild mal ein buch schreiben dich mit jemandem aussprechen eine ausbildung anfangen was auch immer es ist deine lebensenergie legt jetzt den weg durch deinen fokus hin und du merkst alles was du dir wünscht ist einen millimeter einen schritt eine kleine bewegung entfernt und sämtliche hindernisse und blockaden werden transformiert so dass du diesen weg gehen kannst und gehen wirst spüre jetzt dass du dich auf dein ziel zu bewegt hast dass du dein ziel schon verinnerlicht hast und dass du es leben und erleben wirst weil du unendliche energie unendliches potenzial in dir trägst atme tief ein und wieder aus und spüre jetzt noch mal den fluss der energie der aus dir entspringt und endlich nach fließt und in alle bereiche deines lebens diese leichtigkeit inspiration und dieses licht einfließen lässt atme noch mal tief ein und wieder aus bedanke dich bei der lebensenergie bei deinen geistigen helfern und führern die dich begleitet haben und komm dann in deinem tempo ins hier und jetzt in diese zeit in diesen raum zurück streck dich durch bewegt deinen körper und komm dann ganz ins hier und jetzt zurück und dann öffnest du deine augen fühlst dich klar und entspannt und kannst dich an alles erinnern was während dieser reise geschehen ist ja wie ist es dir gegangen wie hat sich denn angefühlt diese überbordernde lebensenergie diese ganze dynamik schreib es mir gerne in die kommentare auch was du erlebt hast während der meditation ich freue mich da drauf und natürlich freue ich mich auch über einen daumen hoch abonniere den kanal teile das video wenn du jemanden kennst der vielleicht diese meditation gut gebrauchen kann wir sehen uns beim nächsten mal wieder aus dem wunderschönen lens dein oliver erini tschüss und bis nächstes mal bis zum nächsten 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 mal